Kontrolle, Propaganda und Manipulation durch George Soros Meinungsfreiheit, heutzutage eines der größten Schlagworte. Nicht zu Unrecht ist es doch eines der wichtigsten Grundrechte, seine Meinung äußern und sich seine eigene Meinung bilden zu dürfen. Doch in der Realität gestaltet sich dies schwierig. Selbst sogenannte spontane Demonstrationen, die eigentlich dem Volk eine Ausdrucksmöglichkeit bieten sollten, werden von Strippenziehern wie George Soros entweder unterdrückt und zerschlagen oder für ihre eigenen Zwecke instrumentalisiert. Aber hören Sie selbst und bilden Sie sich mit folgenden Beispielen Ihre eigene Meinung. In seinem Buch »Die Schattenpartei« beschreibt der US-amerikanische Publizist David Horowitz, wie der Milliardär George Soros über seine Stiftungen, die Demokratische Partei der USA, kontrolliert. Darüber hinaus finanziere Soros mit Hilfe seiner finanzkräftigen Nichtregierungsorganisationen weltweit Unruhen bis hin zu umstürzen. So habe Soros 2017 fast 18 Milliarden Dollar seines Vermögens auf die Open Society Foundations übertragen. Diese Stiftung, die in vielen Hauptstädten eine Niederlassung besitzt, hat sich die Beseitigung aller nationalen Grenzen weltweit auf die Fahne geschrieben. Hierzu finanziert sie Migranten und unterstützt überall massiv, speziell linksradikal agierende Gruppen, wie zum Beispiel die Antifa. Horowitz beschreibt die Chaos-Strategie so. Schaffe Gewalt auf den Straßen und lass dann die eigenen Leute kommen, um das wieder in Ordnung zu bringen. Es wird Zeit, sich gemeinschaftlich bewusst diesen machtstrategischen Einflussnamen zu entziehen. Die Welt des 21. Jahrhunderts wird nur dann ihre Stabilität bewahren können, wenn sie von der Stärke des Rechts und nicht vom Recht des Stärkeren bestimmt wird. Berlin zahlt 3,6 Millionen Euro für Soros-Propaganda. Laut einer AfD-Anfrage hatte die Bundesregierung 2017-18 ohne jegliche demokratische Kontrolle ca. 3,6 Millionen Euro Steuergelder folgenden Organisationen zukommen lassen. Neue Deutsche Medienmacher, NDM, Amadeu Antonio Stiftung, Republika, Mediendienstintegration und Europäisches Zentrum für Presse- und Medienfreiheit, EC-PMF. Diese Organisationen, die angeblich humanistische Ziele verfolgen, sind bei näherer Betrachtung aber allesamt vom US-Milliardär George Soros initiiert, geleitet und gesponsert. So werden unter dem Deckmantel der Förderung humanistischer Organisationen Steuergelder für die machtstrategischen Interessen des Milliardärs George Soros verschwendet bzw. verwendet. Dem Bürger würde hier Veruntreuung zur Last gelegt. Doch wer straft die Politiker dafür? Toleranzkundgebung unteilbar. Von Soros gesponsert und kontrolliert. Am 13. Oktober 2018 demonstrierten tausende Menschen auf der Berliner Straße des 17. Juni für eine weltoffene und allseitige Toleranz. Aufklärer wie die Autoren Doris Pumphrey und Colin McMahorn vom politischen Internetportal Journalistenwatch wiesen darauf hin, dass die bunte Demonstration sicherlich keinen spontanen Hintergrund hatte. So wurden für die Hashtag-Unteilbar-Demo in Berlin offensichtlich Teilnehmer aus ganz Deutschland mit eigens dafür gemieteten Flixbussen kostenlos antransportiert. Bei vielen der ca. 8000 beteiligten Organisationen konnten Verbindungen zur Open Society-Stiftung des US-Milliardärs George Soros nachgewiesen werden. Soros ist dafür bekannt, dass er mit freizügig gestreuten Geldern sehr konkret eine neue Weltordnung mit einer einer Weltregierung vorantreibt. Es bleibt die Frage, wie lange noch sich Menschen für Geld vor den Karren der neuen Weltordnungsarchitekten spannen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.